Willkommen Freunde, zurück zu Rainbow Six Siege. Eine neue Folge steht hier an und ja, welche Map spielen heute? Ich hab keine Ahnung. Oh nein, nicht Flugzeug. Schützt den Präsidenten. Ladies and Gentlemen, hier spricht Ihr Pilot. Bitte nehmen Sie alle Platz. Wir starten gleich in Richtung Loser Lounge für die Gegner. Und das Team Schildfotzen heute unsere natürlichen Supergäste in der First Class. Ja, ist mit dabei. Tobi, den haben wir natürlich einen Doppelsitz gebucht. Curry in seiner Zunge ist ums Triebwerk gewickelt. Bonze schläft schon und wir verlieren. Geil. Sie wissen ja, dass wir diese Map sehr, sehr gut behalten. Ja, die Kamera ist schon da, Alter, komm. Hä? Hä? Das ist halt auch nicht, ey. Aber, na gut, wir müssen wenigstens erst mal verteidigen und nicht angreifen. Ich sag euch, die dürfen früher ins Spiel rein. Oh Mann. Hundertprozentig als Kamera. Mann, 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 Mann. Okay. Ich werde den Fehler aber nicht nochmal machen, dass ich sofort... Dann bleib ich bei A, ne? Ja, und die Gegner können... Ja, danke, Tobi, danke. Hä? Ach, du schaffst du mit der Wand da, was schießt denn da, Alter? Die Gegner können wir natürlich überhaupt nicht einschätzen jetzt, weil gegen die anderen haben wir schon zweimal gespielt. Hey, ich kann das... Du bist doch ein Medic. Rögt dich mal. Zehn Sekunden. Dann bitte ihr mich anzumachen. Haben wir keine Westen? Wir haben schon oft ohne Westen gespielt. Ja. Das ist kein Untergang. Ja, aber Westen sind echt nicht schlecht, ey. Ja, aber nicht immer. Komm, Tobi, ein Westenspruch. Hm? Ein Westenspruch. Okay, Tobi, A. Nö, komm, bock, wir alle aus. Tobi, wir zwei sind bei A. Hör mal. Gerade Tobis. Na, ne, Dennis, heut... Ich bin doch nicht... Nee, ey, was ist los, Mann? Äh... Aktionsphase! Hier, Tobi, 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 hier, Tür. Direkt. Er sprengt da gleich. Direkt oder was? Ja. Hammer. Soll er kommen, Mann? Ja, Kamera! Ja, Mann! Komm rein hier! Du Pissene Ecke! Hier ist auch Action. Oh, dann, Köri, markier nochmal, Köri. Hier habe ich schon fünfmal gemacht. Einer auf B. Okay, Patrick, genau. Deck mal den Haupteingang da vorne. Alter, leck das bei euch auch gerade so? Ey, was machst du da? Hä? Ne, aber mir leck grad nichts. Okay, hier ist Action, Action. Was denn? Hä? Hä? Ich habe irgendwie keinen Sound mehr. Ich habe Sound. Ich habe Sound. Ich habe die auch gerade. Es geht aber wieder. Kamera kommt dreimal runter, Tobi. Hier, hier kommen die. Glaube ich. Also da war eine Drohne gerade. Bei mir ist ganz komisch. Kamera bei dir, Tobi. Aber ich habe keinen Sound mehr. Hast du die Kamera? Die Drohne hat gesprengt, ja. Achtung. Ne, der kommt jetzt rein, Patrick hier, glaube ich. Hier? Hier, ja. Also mal rein, kommt die Sau. Boah. Hast du, hast du? Schießt er durch die Tür, Tobi? Weiß ich glaube ja. Oh, oh, oh. Da oben saß einer auf der Treppe. Wow, fuck. Nein, Alter. Der hat mich mit der Sprengung getötet. Das gibt es nicht, ey. Das ist echt ein Witz heute. Kommt der hinter deiner Wutte die Luke? Also liebe Leute, ich kann nichts dafür. Ich habe gerade einen mega Sound Bug. Bei mir hört man nur Piepen und sonst nichts. Was? Okay, hier kommt einer. Er kommt jetzt hier in den Gang rein. Ja, jetzt hat er mich auch geholt. Don Carlo. Ja, ich konnte, ey. Du kannst gar nicht spielen ohne Sound. Sound ist bei dem Spiel so wichtig. Jetzt habe ich wieder Sound. Toll. Super Rainbow Six. Patrick bei A ist die Action, Mann. Nein. Lehn dich andersrum, Patrick. Lehn dich andersrum, Patrick. Lehn dich andersrum. Kommt du bei A? Ja, ja, hier sind auch zwei. Wo ist die Bombe, ist die Frage. Äh, ich meine der Planter. 100%ig bei A. 100%ig bei A. 100%ig. Okay, dann hau ich einfach ab, ey. Pass auf. Hier ist hier seiner. Hier ist seiner. Der Patrick nicht face'n. Oh nein, der kommt da rein. Scheiße. Der kommt 100%ig durch den Gang, Patrick. Mach keine Sounds. Beide Schrotfilter. Nicht vergessen, ne? Seid mir leise jetzt. Einen hole ich mir noch. Da hinter dir, Patrick. Ja, okay. Geil. Einen hole ich mir noch. Die ganze Wand weg. Das war bestimmt geil aus. Warte mal einfach. Und er bewegt sich einfach nicht. Warte mal, warte mal. Einen hole ich mir noch. Einen hole ich mir noch. Einen hole ich mir noch. Ja, ich dachte, dass da von ner Haufer einer kommt. Einen hole ich mir noch. Der hat n' Gehör wie sonst was, Alter. Ich will mir sicher, den hole ich mir noch. Ich will mir sicher, den hole ich mir noch. Ja, springen ja nur die Bretter dir ins Gesicht, weißt du. Die Bretter fliegen hinter dir vorbei, so weißt du. Was war das? Ich fand alles so geil. Ich war um dich rumgegangen, mit dir. Ich fand dich Spruch vorbei. Einen hole ich mir noch. Einen hole ich mir noch. Das ist der Hammer, ey. Im Moment wird schon gesprengt. Oh Mann. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's. Man muss aber sagen, Rainbow Six ist so ein Let's Play, was wir glaube ich schon... Wie lange spielen wir das hier? Wir spielen das mindestens schon... Seit Dezember. Es macht immer noch mega Laune. Nee, find ich gar nicht. Enttäuscht. Ich hab die Bombe. Ich finde auch, dass The Division voll das schlecht bewertete Spiel ist. Von vielen Leuten. Nee, überhaupt nicht. Nee, das ist ein guter Spiel. Weil The Division... Alle vergleichen das mit DayZ und so weiter. Das macht man ja nicht. Das ist halt eine MMO, ne? Ne, Curry? The Division, Alter. Bei Rainbow Six, geil. Kann man mit der Drohne eigentlich in die Falle fahren, ne? Ey, wieso darf man denn nicht darüber reden, Curry? Nein, darf man nicht. Was willst du denn jetzt, Alter? Weil wir uns nicht konzentrieren. Sieht dir ein Zahn, Alter, ne? Ja, konzentriere dich. Also, Action-Phase. Flughafen hier sieht echt geil aus, ne? Boah, Alter, was war das denn? Hammer Flughafen, Alter. Man achtet nie auf die Details. Ja, aber die Kacke aus. Ja, okay. Voll Texturenmatsch. Sieht richtig geil aus. Ey, aber The Division ist ein geiles Spiel, Mann, Alter. Das stimmt. Was ist schon mal gespielt? Der hat die Beta gespielt, Alter. Der hat die Beta gespielt, Alter. Oh mein Gott. Warum? Ja, das brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Warum? Ja, du brauchst einen Lobob nicht fragen, Alter. Weil er kann sich das Hauptspiel nicht leisten. Ach. Nice, Tobi. Ja, Tobi, du hast aber noch einen geholt. Na klar, einen habe ich mal. Könnt ihr mal bitte einführen, dass man seine Waffenrügung selber skinnen kann? Oh ja, anmalen. Einführen. Lol. Lol. Alter, er wird. Alter, er hat mich überrascht. Ach, dann schauen wir uns vorbei. Oh, geil, ey. Was ist denn der Bronze dahinten? Flughafen angucken? Oder auf der anderen Seite. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Der zwei sind hier bei A halt, ne, und gucken auf den Gang. Ganz ruhig. Was denn? Nix. Ach so. Hör mal die Fresse, Aldi. Pst. Ey, befreit mal. Toll. Äh, was war das? Ich. Da ist noch einer links. Pass auf. Links da? Ah, der ist, Alter. Oh, Leute. Man sieht das ja nicht durch die Wand, ne? Der Tobi sagt, der Tobi sagt, da hinten links ist nur einer. Und ich habe jetzt mich so darauf fokussiert, echt zu beleidigen. Ja, egal. Kann man nichts ändern, ne. Da war vorhin zumindest noch einer. Da ist er. Okay. Hä? Ach so. Also, Bronzwärmante ja bei A sind auch noch zwei. Das heißt, die sind dann... Willst du über Deckung gehen? Ich brech vor. Brech vor. Hier, Leute. Hier. Ähm, ihr könnt... Hier ist bestimmt noch ein Fall auf der anderen Seite. Ne. Wechsel das Magazin! Okay, Patrick, spreng dich hier durch. Tu's jetzt! Ja. Boah! Alter! Du Schild! Schildfahrzeug links! Links hier, oder was? Links hier, oder? Boah, Curry! Da, genau links. Hä, wie schön ist der denn, Alter? Schießt durch die Wand, schießt durch die... Nein! Das ist doch so dick, Mann! Das kann doch nicht sein! Der Curry gerade... Du ist jetzt! Weil der Curry hat geschrien, genau in dem Moment, als bei mir ein Gegner um die Ecke kam. Ich habe so die Maus gezogen. Mh, wirft ihr die Kugeln auf mich, oder was? Ja. Weil mit einem Schalldämpfer noch drauf... Oh Mann! Ja, der Einzige, der uns natürlich... Der Einzige, der uns natürlich in dieser Runde hätten retten können, wäre der Ben gewesen, wenn ich ihn nicht erschossen hätte. Es tut mir leid, Ben. Ja, das war gar kein Thema. Dann hätten wir gewonnen noch. Dafür, Ben... Guck mal, dafür gebe ich dir nächstes Mal bei uns den Döner aus, okay? Als Entschädigung. Hätte ja ganz gerne einen von Tobi bekommen, Alter. Hä? Hä? Die Wirbel-Täume, ja. Aber Dennis ist ja lieber in Berlin unterwegs, weißt du? Ja, jetzt ist ja der Dennis wieder schuld, ey. Ja, locker! Da sind wir schuld, Mann. Leute, wollen wir... Ey, wollen wir gewinnen, ey? Ey, ne, hab ich noch Abwechslung? Wir wollen was aufgedrehen. Lass mal gewinnen jetzt, Mann, Alter! Das ist doch unser Team! Das ist doch unser Team! Teamleiter Curry, mach doch mal eine Ansage! Ja, wir gewinnen, Alter! Ja, wir gewinnen schon Teamleiter! Die Besten! Danke, Patrick, für die Westen! Danke, Patrick! Das sind die Besten! Die Besten! Die Besten! Wir spielen jetzt wie die Champions League... Die Sonntags-Leute bei Rainbow Six! Nein, Mann! Hey! Hier ist ne Kamera! Wir wollen einen TF3000! Boah! Okay, ich geh ein... Höher! Höher! Höher Curry! Dies, ja! Dies macht's Curry! Yo, nice Dennis, ey! Dies Curry! Hey, weg da! Freilichtun! Hast du da? Hey, Dennis hört sich an wie ne Schwuchte, wenn er bei dir schrägte! Okay, Leute, komm! Komm, komm! Hey! Du hörst dich an wie jemand, der Marsch will! Drei Sekunden, zwei, zwei, eins! Eins, Aktionsphase! Ich war ne Wand hier! Aktion! Ach, leck mich! Warum? Warum? Ne Wand, Mann! Ich war ne Wand! Okay, es geht los! Oh, brauche ich ne Wand! Oh! Verriegt euch doch! Ich geh jetzt alleine in diesen Raum! Ey, das klingt jetzt nicht, Patrick! Du bringst es auch nicht, ey! Ey, ich kann da gar nicht rausschießen, Mann! Aber der kann mich abknallen, oder was, Mann! Was ist das denn für ne Scheiße? Überall was?! Hä? Was? Wie bist du jetzt gestorben? Durch Fenster außen! Der ist doch gar nicht tot! Komm her, komm her, komm her! Patrick, komm her! Ja! Hallo, ich hab grad meine, meine Hand auf meine Wunde! Er kann doch mal ruhig, Leute jetzt! Aber wir können ihn nicht töten, oder was? Ja! Asi! Klar! Mag dich nicht! Ja! Was ist das? Leute! Ist doch eh schon passiert! Alles, alles gut! Kevin, lösen! Hier ist einer! Tobi! Oh! Das Geile ist! Warte mal, ganz kurz, Patrick! Hat er dich von außen treffen können? Der ist doch jetzt scheißegal! Wieso können wir den von innen nicht töten? Ja! Ubisoft geil ist, man! Der läuft die ganze Zeit da draußen am Fenster! Hier! Call of Six, oder was? Hier! Hä? Hier ist einer die ganze Zeit! Ja, komm! Die Zeit ist ja... unserer Seite! Ja! Aber ich hab Schmerzen! Alter! Patrick, wenn er im Gang ist, dann sag Bescheid, ne? Hä, das kann nicht, sind alle draußen! Ne, oben war einer schon, und einer ist mit dem Schild schon durchgelaufen, durch den Gang! Das hab ich gehört! Ja, der fliegt wahrscheinlich die Maschine hinweg! Hä? Okay! Ja, geil! Alter, Ben, was er... War das der Schild? Ja, ne? Ja, irgendwie sowas! Boah! Mit Alt, Curry, Weiße, ne? Hä? Verreckt doch, Junge! Kannst du dich drauf an außen töten, Tobias? Das geht nicht! Ja, aber das ist ja kein... Ah, toll! Bei euch, da hinten ist einer! Alter! Durch den Gang kommt der! Genau! Er müsste jetzt irgendwo da rechts sein, Curry, weil der hat mich durch die Wand erschossen! Es konnt's nicht sein! Nice! Okay, hinter der Wand muss der dann sein! Also geradeaus durch bei B, ne? Zu B! Hey! Er ist Schild bei dir? Er ist bis tot! Du Hurensohn, Alter! Du Hurensohn! Okay, pscht! Entschuldigung! Er ist... Schild Typ bei A, Leute! Der ist an der Bombe, ne? Also ihr könnt da ruhig chillen, wenn ihr wollt! Ja, und schön die Beine schwimmen! Hey, der ist! Patrick ist tot, weißt du! Curry, du musst jetzt raus! Chill, Patrick! Du machst das! Lock den da rein, Alter! Lock den in die Pfanne! Geh zurück! Lock den in die Pfanne! Genau, lass ihn kommen! Er kann aber hinter dir durch die Wand schießen, das weißt du, ne? Warte mal! Ja, Mann! Nice, nice, nice! Das ist nur noch der Schild Typ, der ist bei Patrick Curry! Okay! Ich hab nur noch einen... Ich hab nicht mehr viel Leben! Wo ist der Patrick? Der ist hinter dir, der ist hinter dir, Patrick! Nein! Jetzt ist er wieder vorne! Da ist Patrick drinnen, Curry! Der Raum ist safe! Hier, hier ist er! Jetzt ist er wieder hinter dir! Mit Alt-Curry, weiß er nicht! Ist er bei A drin? Nee! Nee, der muss da irgendwo im Gang sein oder so! Okay, der ist bei mir! Ja, warte! Lass mal kommen! Ja, der muss kommen, Patrick! Okay! Nicht facen! Patrick, zur anderen Seite! Nicht auf die Seite stellen! Dann muss man... Okay, jetzt ruhig! 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 Aber egal, wir haben die Runde geholt! Scheiß drauf! Geholt! Geholt! Gerichter Alexander Holt! Hätte er jetzt noch mit Glück Curry holt! Hätte er jetzt noch mit Glück Curry holt! Gänzt du den noch Tobi? Oder Wetzel? Ja, Wetzel, Alter! Oder hier Dingens! Wie heißt er? Das Junggericht! Junggericht! Ja, Mann! Junggericht! Das Familiengericht! Ich weiß auch immer, wo der Wetzel auf einmal eine andere Frisur hatte, da mochte den irgendwie keiner mehr, ne? Kannst du dich daran erinnern? Der hat immer so... Der hat immer so... Der hatte so'n Scheitel auf einmal hatte so'n Igel... Ding gehabt und dann war so... Aber Badalasal ist schon die Beste, ey! Ja, Mann, ey! Läuft die nicht noch? Immer noch, ey! Du willst jetzt durch die Fenster schießen, Bronz, ey! Ja, die läuft nicht noch, ey! Nein, wir laufen jetzt mal rein! Aber nicht neu voll, ne? Nee! Okay, go! Die ist aber in echt auch Richterin, ne? Ich glaub, der Holt auch, oder? Ah, ja! 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 Ich glaub, er ist... Nee, ist er wirklich! Auf Streife, die ganzen Bullen sind glaub ich auch in echt Polizisten! Ja, Toto und Harry auch, hundertprozentig! Das sind... das sind richtige, ja! Ich guck aber auf Streife, guck ich echt gerne! Das guck ich auch gerne! Okay, die sind oben da bei den VIP-Räumen, wo wir grad drin waren! Also nicht Cargobob! Ey, Cargobob! Aber hier steht ein Schild! Warum steht ein Schild? Hä, komm, Cargobob, ey! Ja, jo, lass mal auf den Schild! Tobi, fährst du in die falsche Richtung! Oh, ne, ist richtig, ist richtig! Hä? Ne, ist falsch, ist falsch! Ja, ich weiß! So was sieht... aber schön aus hier! Ja, wo bist du denn da? Was ist das denn für Uranstäbe, Alter? Nein! Uranrollen! Tobi, ey! Genau da, Patrick! Lass mal den Curry anzünden! Ich hab Hunger auf Currywurst! Geradeaus, 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 geradeaus! Du kannst da durchrollen, da drunter! Na egal! Ach, wie müll ist das? Wissen wir, wo wir hin müssen? Nein! Tobi, kannst du dich mal ins Treebag für ein Thumbnail stellen? Nein! Kann man da eigentlich reingehen! Wenn du nicht probiert! Mach mal! Geht nicht, ne! Ich finde die Map einfach geil, Alter! Okay, die haben mich schon im Blick! Warum? Die stehen da an der Tür! Warum? Na geil! Ja, ich frag doch nur... Toll! Höflichkeit und... Was mach ich denn jetzt ohne Kevin? Mach schneun! Görichs wie Hitman hier, der wird auch mal geklont! Auftragskiller! Okay, wir haben so eine Dings gesaved! Ballen draußen entdeckt! Wir haben hier eine Lupe gesaved! Ist das noch hoch da, oder was, Patrick? Bitte was? Ballen Fickers! Sollen wir da hoch, oder sollen wir hier lieber lang gehen? Ja, hier, hier! Das ist schon nicht wahr! Wo ist der denn, der draußen? Ach, der läuft unten am Flugzeug da! Lass uns mal rennen! Der rennt unten am Flugzeug rum! Den könntest du jetzt holen! Ah, aber ich komm da nicht hin, Curry! Guck mal! Lass ihn mal! Guck mal, wie er es extra macht! Bist du da, oder? Bist du da, oder? Da, wo wir vorhin waren, Curry, oder? Hast du anscheinend? Ja, genau, da wo wir gerade dran waren! Ist unterm Flugzeug! Jetzt geht er hoch! Jetzt geht er hoch! Jetzt geht er hoch! Okay, Jungs, hier ist einer, ne? Pass auf! Jetzt ruhig, Patrick, ne? Da, der ist da unten drin, ja! Ach, der ist unfrechend! Das ist die Seite, ist das nicht noch die Seite hier, Patrick? Tobi, hinter dir, es kann sein, dass hinter dir einer ist, Tobi, pass auf! Ja, wir sind hinter dir! Nein, 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 nein! Es ist einer draußen gerade rumgelaufen und der ist uns umgangen! Ihr müsst aufpassen! Okay! Den Mori, fertig! Hol dir den, Ben! Hol dir den! Bei mir ist niemand hier! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Links! Hey, was ist denn mit meiner Waffe los? Ich hab... Jawoll! Nein, Patrick! Ruhig, 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 ruhig! Ich komm auch weiter! Ich komm runter! Wie dumm war das! Wie dumm! Sorry, Leute! Ja, ich komm wieder draußen! Komm mit, Tobi! Wir gehen da jetzt hin, irgendwie versuchen die Bombe zu legen, ey! Wir savent alles, ja! Ich glaube schon! Das hier, Curry in die Richtung, ja, ne? Dann lass uns mal von oben kommen! Ob oben so gut ist? Ja, hier können wir gar nicht lang, Alter! Scheiß! Ne, in die andere Richtung! Du läufst falsch! Du bist am Ende des Flugzeugs, Alter! Ja! Wir sind in die andere Richtung! Von oben, komm! Doch von oben! Na ja, wenn, wenn das geht! Ja, ein Stück weiter! Noch weiter! Ruhig, ruhig, ruhig! Rechts ist ne Klappe! Wir dürfen uns jetzt nicht hier Lärm machen, ne? Sonst hören die das! Ich glaub, du musst noch eins weiter! Da ist noch ne Klappe! Da kommt noch eine! Okay! Wer schießt da? Dennis, der Dennis! Wir sind hier, Dennis! Vorsicht! Okay, dann lass mal hier reingehen, ne? Warte mal, warte mal ruhig! Guck! Sprengladung wird eingesetzt! Okay, komm! Rein da, rein da, rein da! Weiß ne EMP rein da! Oh! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Die sind hier unten! Die sind hier unten! Nice Wurffall! Habts ihr gehört? Ja, die sind da unten, ne? Oh, was war das? Brenngranate! Brenn? Vorsicht! Dennis, Brenngranate wie immer! Der hat, der hat's auf mich geschmissen! Ich hab's gesehen! So laut, Dennis! Also direkt hier unten ist einer! Passt auf! Ich hab keine Brenn mehr jetzt! Aber wo ist die Frage? Wir haben nicht mehr viel zu alter! 30 Sekunden! Wir müssen da rein, ja! Ja, die springen gleichzeitig runter! Okay, ja, lass alle rein jammern! Ja, ihr müsst da, da müsst ihr eh runter! Wow, wow! Jetzt go, go! Rechts durch! Wo läufst du hin, Tobi? Hä? Wo ist das hier? Da durch die Küche! Einer ist draußen! Hey, wo lauf dir hin, Alter? Wo ist denn die Bombe? In die andere Richtung! Da, genau! Hier, oder was? Da durch die Küche! Alter, was macht ihr denn? Geh! Hier, hier, hier! Komm, komm, komm! Na, nach sieben Sekunden! Bleiben noch fünf Sekunden! Bam, jawohl! Leg, leg, leg! Leg hier, Tobi! Das schafft doch nicht mehr! Ist weg! Oh nein! Ich wusste gar nicht, wie das ist, dass das noch so weit ist! Guck mal, er hier, Alter! Iggy! Oh! Guck mal, ich wüsste gar nicht, was los ist! Na, ich hab auch gerade komplett die Seiten vertauscht! Irgendwie halt auch nicht, ey! Wir haben noch nicht verloren! Wir haben noch nicht verloren, Leute! Ist doch scheiße hier alles! Boah, ich... Waffen mit Schalldämpfern, ne? Die sind ja voll für'n Arsch! Die machen halt weniger Schalldämpfer, ne? Gleich, wenn die Gegner schießen muss, ey! Ist so krass! Okay, neue Runde, neues Glück! Witzige Scheiße, Alter! Ohne Witz! Soll ich einen Penis anfassen, Dennis? Ja! Da hab ich ja drei Wochen mal zu tun, so groß wie der ist, ne? Ja! Das war in der Kapitel! Ah! Dämpfer, boah! Ich weiß noch, da hör'n wir jetzt ein kleines... Fakilchen, jo! Boah! Curry? Currys Mund ist wie das Klo im ICE, Alter! Ab geht's! Wart ihr da schon mal drauf? Ja! Beste! 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 Ist aber ein... sehr richtiger Vergleich! Zack! Oder wie ein Flugzeug, ey! Oh, geil! Oh, Kamera ist schon da! Curry, nimm das! Eine Kamera kommt zu dir, wird der Bronz so komplett einmal reingezogen. Und boahst du... Nein, dann hörst du nur, von unten, von dem... von dem Abzug, da hörst du dann nur so... Äh? Oh? Nur noch 10 Sekunden! Äh, stopp, Pazit, ey! Okay, ich geh zu B, ne? Ey, wo ist die Drohne hin? Ich hab's, ne? Ich hab's da versteckt, da, die kommt gleich hier noch. Jetzt ist mal andere Bakke, oder was? Ne, die ist doch direkt hier, Leute! Achso! Geh' ich mach' folgendes... Ich geh' nach B jetzt, oder was? Ich geh' nach A, ich geh' nach A. Ich geh' nach A und komm' zu hier rein. Ich will ja auch nicht hier bleiben! Bei B? Jetzt gehen alle zu B! Jetzt gehen alle zu B! Ne, ich bin bei A, glaub' ich. Alle! Nur weil jetzt läuft, hast du's ja nicht, das sind alle! Warte, mach' wieder zu! Pazit ist alle! Was ist Pazit? Pazit ist alle! Okay, Leute! Komm! Der isst alle auf, das stimmt! Eine Runde gewinnt, dann sind wir dann dran! Okay, die Dings da hinten geht auch auf die Tür! Boogie! Ja, ja, ja! Warte mal! Patrick, du bist schon wieder so aggressiv, Alter! Hä? Fick' dich doch! Fick' dich doch! Fick' dich doch! Robi, wenn du hier was hast, ne? Dann sag' Bescheid! Dann zünde ich meinen Smoke, okay? Was mit deiner Smoke? Wenn hier einer kommt, sag' Bescheid! Alles klar! Aber nicht da in die Ecke stellen, weil da oben ist Smoke! Ja, jetzt haltet mal die Klappe, damit wir die hören! Das ist echt so! Angaben muss sein, Alter! Machen sie wieder Rocket Headset hier! Deine Mutter muss sein, Mann! Was machen wir in die Runde schon? Ey! Dein Kopf ist in meinem Visier! Hast du die Seite? Na, aber sowas von! Bei mir kommen sie durch! Deck die Seite wie! Ne? Wir wissen, was gut ist! Oh, jetzt wird das Smoke hier! Hier ist ein Schild bei uns, glaub' ich! Wir haben uns satt, ne? Wenn da was... Alter, von wo? Oh, Bronzer! Einer reicht, glaub' ihr! Hallo? Yo! Da sucht er sich... Alter! Kurier, ey! What the fuck? Ich bereite ein Nest-Chip vor! Nein, Patrick! Denk! Bleib da versteckt, Tobi! Die kommen jetzt gleich! Ja, das ist gut! Hat mich irgendjemand entdeckt? Keine Ahnung! Die sind hier am Eingang, ja? Okay, einer kommt rein! Papi! Okay! Wann einfach mal raus! Ich hab da reingerannt, alter! Noch einen! Boah, was hier denn los, ey! Ich hab mal einen, glaub' ich auch! Hä, wie hat er das denn gemacht? Da kommt der Typ mit dem... Ach, von oben, alter! Patrick, guck mal oben! Oben! Hörst du die Treppe? Ja, da oben ist ein Luke aufgegangen! Ja, von da kommen welche! Und wo ihr jetzt? Patrick, da wo du gerade hinfußt! Da oben ist ein Luke! Ja, ich kann doch nicht überall hin, oder? Leute! Sorry, hast du die Treppe? Ich hab hier die Luke, die gerade offen gesprengt wurde! Okay, ich... Boah, nice! Nice! Boah, der hat nicht mehr viel, der Schild! In Richtungskommando! Wo ist der denn? Der ist bei uns jetzt! Bei B! Ja, ja, ja! Ihr müsst der Bronze helfen! Ja, ja, ja! Wir kommen, wir kommen, wir kommen! Ey, der Schildtyp hat fast nichts mehr! Ab ihn! Jawoll! Super! Schön! Sehr schön! Das war ne gute Runde, leider sind drin, ey! Guck mal! Absprache ist alles, Leute, ey! Sehr gut! Ja! Aber ihr müsst denn einfach auf die Füße schießen dann, das geht! Hab ich auch grad noch, ey! Wir sind wieder da, Leute! Matchball! Diese Runde! Ja, wir müssen mal gucken, dass wenn wir die Vorbereitung haben, dass wir dann nicht ewig brauchen, bis dann die Anweisungen erst kommen, während wir in der Runde sind! Das ist ja scheiße! Ja, die muss halt davor kommen, aber bis jeder auf Position ist, ist leider die Vorbereitungszeit schon vorbei, das ist das Problem, weißt du! Ja! 3 zu 2, meine Damen und Herren! Okay, Patrick, ich komm wieder mit dir mit! Ihr könnt ihr meinen Kommentaren raten einen Tipp-Up geben, aber gebt doch jetzt mal einen Tipp-Up, welches Team gewinnt! Ja, unser Team oder das gegnerische Team? Könnt ihr jetzt mal tippen, wäre mal interessant! Mal gucken, ob ihr uns auch mal einen Penis größer raten in den Kommentaren, wenn ihr wollt! 4,5 cm! 5 cm! Und Tobi ist nicht schwarz! 4,20 m! Äh, vielleicht ja schon, untenrum! Boah! Wir sind die und ne, sind ja nicht! Okay, alles klar! Wie habt ihr da nicht meine Beine gesehen, ne? Ne, die sind da, wo wir gerade waren, glaube ich, ne? Ja, da, wo wir gerade waren! Ich glaub, die sind im Keller, äh, ne, 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 ne! Ich hab sie, ich hab sie! Flugzeug hat den Keller? Ne, ne, ne! Ein Cargo da drüber! Hab mich grad korrigiert, ja! Hab ich auch versucht! Nein! Dein ist wert, das möchte ich auch hoffen! Alles klar, Tobias Fulk! Habt ihr die hier jetzt, oder was? Was viele ja nicht wissen, der Tobi hat ja einen Zweitnamen, ne? Ja klar! Da ist mit Zweitnamen die noch! Ist kein Witz! Pass auf, da kommt jetzt ein Mute, Tobi, da kommen jetzt ein... Genau! Guck mal nicht rein! Guck mal nicht rein! Guck nach oben! Guck nach oben, dann kannst du hier auspringen! Und tot! Ja geil! Nice! Ich bin nicht hergesprungen, warte mal! Geh Patrick! Ähm... Ja... Hinten! Komm mit mir mit! Wir gehen durchs Cockpit! Wo ist das jetzt Curry? In der Mitte oder was? Oder vorne? Da wo wir gerade waren! Welche Etage? Welche Etage? Mittlere Etage! Hä? In der Mitte! Heute fliegen wir hier mit Ryanair! Ja? Auf jeden Fall! Ben, wo du jetzt... Ist bei dir jemand Ben? Ja hier! Geradeaus! Magazin wechseln! Kannst durch die Wand schießen, ne? Das weißt du! Ah! Perfekt! Ah! Ich bin hinter dir! Boah! Bobi, sehr schön! Nice! Sehr schön! Ben, das war knapp, man! Okay, geradeaus durch, ne? Hab deinen Arsch gerettet! Danke! Der Mann mit dem Hammer ist da! Oh ne! Ja hier direkt ist es! Super! Wer hat denn, wer hat denn das Ding? Ich hab das Ding! Ding in der Hand! Hier Strom, Tobi, äh Patrick! Strom, okay! Rechts, rechts, rechts von uns! Schmeiß EMP rein, ja! Hab ich Schritte gehört! Ben, ist weg! Schild ist down! Und Schockrad ist down! Hey Patrick, lass uns hier durch, er geht gar nicht! Ich glaub da kommt einer! Hab Schritte gehört! Spreng mal die Wand da! Ja! Hier? Ja, ja! Nein, nein, nein! Lass mich vorgehen, lass mich vorgehen! Komm mit! Ja, geh vor, Ben! Ich dachte, ich soll die Wand springen! Ja, ja, haste recht! Okay, ich geh jetzt rein und dann flashe ich direkt, ne? Dann komm direkt hinter mir! Oh Patrick, mal hier drin, hier drin! Holen die, holen die! Rechts, rechts in der Ecke, ey! Hab! Okay, ich platz! Save mich, save mich, Patrick! Patrick! Mann! Ich flashe ab! Fuck, fuck, fuck! Ich hab mich selbst... Hä? Das kann nicht sein! Warte mal, warte mal! Jetzt ruhig, 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 ruhig! Das locker! Wo ist der, Ben? Wo? Rechts in der Ecke war unten dann einer! Genau da unten! Ja! Hier oder hier? Nein, auf deiner Etage! Hier unten! Hier! Genau, genau! Mach ruhig! Da ist keiner! Hört mal auf die Schritte! Ja, zwei Minuten, Tobi, alles gut! Oh! Wir müssen doch erstmal das Ding von Curry aufheben, ne? Ja! Ja! Oder ihr konzentriert euch darauf, die auszuschalten! Ja, ihr müsst da eh hin, die sind da so oder so! Ähm! Sind wahrscheinlich jetzt links, ne? Nee, rechts ist auch noch einer! Er ist immer noch da! Der ist da noch, Leute! Warte mal, Tobi, das kann man nicht mal! Genau! Ja, der liegt da! Hol ihn euch! Hol ihn dir, Alter! Nein, das geht nicht! Schieß denn jetzt! Jetzt! Wie kann das sein, Alter? Das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein, ey! Tobi, der ist fast down, Tobi! Der ist fast down! Ja, du musst da eh schnell rein! Direkt rechts! Direkt rechts! Direkt rechts! Ja, 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 ja! Ja, genau, genau! Wieso visier ich nicht an? Witz, witz, witz! Hä? Das gibt es nicht, ey! Ja, klar! Das gibt es nicht, ey! Der hat noch über halbes Leben gehabt! Weißt du, er lag da alleine und hat zwei geholt! Ich hätt ihn holen müssen, Alter! Ich hätt ihn holen müssen! Und der sieht mal so aus, ob er mich nicht trifft! Ja, GG! Ich verstehe auch nicht, wieso ihr den durch die Wand nicht getroffen habt! Das ist wirklich bitter! Dennis ist einfach schlecht! Ich auch! Ja! Auf einmal! Auf einmal! Penis, ey!